Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute ganz kurz nur mit der Möglichkeit, wie ihr Containern ihren Ressourcen limitieren könnt. Das ist sehr, sehr nützlich, denn ja, wir haben letztes Mal gesehen, es kann schon vorkommen, dass zum Beispiel ein Container sehr, sehr viele Ressourcen frisst. Wenn ihr jetzt sehr, sehr viele Container laufen habt, dann beeinträchtigt das natürlich alle Container auf dem System. Sprich, wenn ein Container, zum Beispiel euer Web-Server, rein zufällig mal angegriffen wird mit einem Denial-of-Service-Angriff zum Beispiel oder einfach nur sehr, 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 sehr viele User auf einmal darauf zugreifen, mit denen ihr nicht gerechnet habt, dann müsst ihr damit umgehen. Das Problem ist, wenn ihr jetzt natürlich dann sagt, okay, ich limitiere keine Ressourcen für meinen Container zum Beispiel und lasst einfach alles zu, dann verlangsamt das alle anderen Container auch. Und darunter könnten zum Beispiel auch produktiv Sachen sein, wie, naja, zum Beispiel Entwicklungsumgebung oder eben Deployment-Tools oder ja, solche Sachen. Und dann können eure Mitarbeiter zum Beispiel nicht mehr arbeiten und das wäre natürlich fatal. Das heißt, lieber den Usern ein kleines bisschen weniger Zugriff drauf geben, also quasi weniger Ressourcen für die tatsächlichen Benutzer geben. Die müssen dann halt ein kleines bisschen länger warten und sollte selten vorkommen, aber wenn es vorkommt, dann werdet ihr glücklich drüber sein. Deswegen, ja, heute, wie wir eben einen Container limitieren können in seinen Ressourcen. Dazu gehen wir mal ganz kurz nach oben in unseren Befehlen, da muss ich nicht alles nochmal eingeben, zu diesem hier, sudo-docker-run. Das kennt ihr alles mittlerweile. Wir gehen hier mal rein und fügen hier erstmal einen Namen ein. Sagen wir einfach mal enginex-container dazu. Und ja, das ist jetzt quasi der Name, mit dem ich das Ding anspreche, weil ich langsam diese zufälligen Namen satt habe und euch das auch mal so in Action zeigen möchte, sozusagen. Und ja, jetzt können wir hier einfach eingeben, wie viel Speicher denn unsere, also wie viel Arbeitsspeicher unser Container verbrauchen darf maximal. Das können wir machen, indem wir hier sagen minus m und dann hinten dran angeben, wie viel es tatsächlich ist. Und das heißt, ich kann hier angeben, ich habe, zur kleinen Erinnerung, ich habe 11, irgendwas Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Ich kann jetzt hier in Byte das Ganze angeben. Ich kann zum Beispiel sagen 4 Byte. Dann habe ich nur 4 Byte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Das ist viel zu wenig für alles, was man im Endeffekt machen möchte. Ich kann hier sagen, ich hätte ganz gerne 4 Kilobyte Arbeitsspeicher zur Verfügung für unseren enginex-container, was auch eigentlich viel zu wenig ist. Ich kann sagen, ich habe 4 Megabyte zur Verfügung oder ich kann auch sagen, ich habe 4 Gigabyte zur Verfügung. 4 Terabyte gibt es noch nicht, weil ich keine Maschine kenne, zumindest keine richtige Maschine, die 4 Terabyte Arbeitsspeicher hat. Also 4T habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ansonsten kann man aber natürlich auch einfach 4000G schreiben. Dann hat man auch 4 Terabyte im Endeffekt. Das geht genauso. So, wir machen jetzt also einfach mal hier ein 4M rein und dann haben wir quasi den Container limitiert auf 4 Megabyte Arbeitsspeicher. Das ist nicht viel, das ist sehr, sehr wenig, aber für unseren enginex-container reicht das theoretisch aus. So, und dann noch die zweite Ressource, die wir natürlich limitieren können, die fast sogar ein kleines bisschen wichtiger ist, ist die CPU. Minus minus CPUs ist gleich. Hier könnt ihr nicht einfach mit einem minus C oder sowas arbeiten. Und hier könnt ihr dann angeben, wie viele CPU-Kerne ihr quasi haben wollt. Das heißt für euren Container. Achtet darauf, dass ihr hier Anführungsstriche braucht, um das Ganze so zu definieren. Und ja, ihr müsst hier auch angeben, also ihr müsst im Endeffekt eine Float-Anzahl angeben an CPU-Kernen, die ihr haben wollt. Wie gesagt, das haben wir ganz am Anfang gemacht. Unter den Docker-Info, also sudo-docker-Info. Das kann ich eigentlich mal nochmal ganz kurz machen. Sudo-docker-Info. Zeigt euch an, wie viele CPU-Kerne ihr zur Verfügung habt. Das sind bei mir acht Stück. Also es nimmt wirklich die virtuellen Kerne, also die Thread-Kerne sozusagen. Ich habe eigentlich nur vier echte Kerne, aber nochmal für jeden zwei, weil ich Hyper-Threading habe. Das heißt, bei mir kommen hier acht raus. Ich kann also bis zu acht hochgehen. Muss ich aber natürlich nicht. Ich kann hier auch einfach sagen 0,5. Okay, Achtung. Wie gesagt, Anführungsstriche und ein Punkt ist in der Mitte. Und ja, so könnt ihr quasi die Ressourcen limitieren. Jetzt muss ich hier natürlich nochmal mein Passwort eingeben, weil ich zu lange gelabert habe. Oh ja, natürlich. Ich habe schon einen Container, der sich Nginx-Container nennt. Die Fehlermeldung sagt mir gerade, dass der Name hier einfach schon vergeben ist. Dann mache ich hier einfach eine 2 hinten dran. Ich müsste eigentlich mal wieder prunen. Das werde ich dann wahrscheinlich nach dem Video machen, weil ihr das schon kennt. So, und jetzt startet sich mein Container ganz einfach. Und ich kann hier jetzt nicht mehr höher gehen als 4 MB Arbeit speichern. Ich kann nicht mehr mehr verbrauchen als 0,5 CPU-Kerne. Das reicht für diesen Nginx-Container mehr als aus. Ihr habt letztes Mal in den Stats gesehen, dass das nicht mal ansatzweise erfüllt ist. Also, dass ich da niemals draufkomme. Zumindest nicht, wenn nur ein User drauf zugreift. Aber wie gesagt, es kann sinnvoll sein, wenn ihr noch andere Umgebungen da drauf habt. Wir hatten zum Beispiel mal eine Weile, glaube ich, einen Server von einem Spiel bei uns laufen. Und der hat irgendwie, naja, 100% der CPU in Anspruch genommen, was alle anderen Anwendungen verlangsamt hat. Weil einfach zu viele Leute drauf waren. Beziehungsweise, weil im Hintergrund ein paar andere Sachen schiefgelaufen sind. Und wenn man hier jetzt dann einfach sagt, okay, du kriegst halt maximal so und so viele CPU-Kerne. Dann, ja, ist das halt für die User limitiert. Und alle anderen Services auf dem Server laufen weiter. Wunderbar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.